Die Wölfe treiben ihm die Opfer zu. Er ist der König der Vampire. Ein Hochgenuss für Gruselfreunde. Nachts, wenn Dracula erwacht. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, dann erwacht alles Böse dieser Welt zum Leben. Sir, wissen Sie auch, wohin Sie gehen? Geschöpfe der Nacht bewachen sein Schloss. Willkommen in meinem Hause. Graf Dracula? Ich bin Dracula. Stecken Sie das ein. Gegen ein Kruzifix ist Dracula machtlos. Wer ihm verfällt, wird süchtig nach dem Blut lebender Wesen. Den Kampf beherzter Männer gegen ein unheimliches Monstrum schildert ein neuer faszinierender Film. Zur Van Helsing-Klinik. Beruhigen Sie sich doch. Dracula jagt nachts und verschwindet mit dem Morgengrauen. In einem Sarg reist er durch die ganze Welt. Das Graue geht um. Was haben Sie hier zu suchen? Ich muss Sie warnen. Ich habe ein paar Patienten hier, die wir isoliert unterbringen müssen. Sie dürfen auf gar keinen Fall in die oberen Stockwerke gehen. Ein Gruselcocktail besonderer Art. Seine Küsse reichen für uns alle. Aber gibt es denn gar nichts, was ich für Sie tun könnte? Doch. Sie könnten Ihr Blut für eine Transfusion spenden. Wir Draculas sind schon von jeher das Herz, das Blut, der Verstand und das Schwert unseres eigenen Volkes gewesen. Dracula? Internationale Spitzenstars in einem Horrorfilm nach Maß. Nachts, wenn Dracula erwacht, ist niemand mehr seines Lebens sicher. Die Gier nach dem Blut junger Frauen lässt ihn nie zur Ruhe kommen. Vampire haben Hochsaison. Hüten Sie sich. Seine Küsse sind heiß und verzehren das Blut. Die Menschen aber, von denen er lebt, sichern dahin und sterben. Und dann werden sie selbst zu Vampiren. Zurück! Zurück! Dieser Mann gehört mir. Aber es ist noch immer keine Erklärung. Wer dem Geheimnis zu nahe kommt, setzt sein Leben aufs Schlag. Töte! Das ist die Nacht der Entscheidung. Eine Nacht des Grauens auf dem Schloss des Grafen Dracula. Wer ist stärker? Ein herrlicher Grusel-Schocker erwartet sich. Nachts, wenn Dracula erwacht. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Gänsehaut. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Gänsehaut. Ich bin ja, es ist ein ganzer, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020